Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Polybridge. Wir haben hier letztes Mal sowas schönes gebaut und das hält überhaupt nicht. Ja, wir müssen hier das irgendwie so lustig verbauen, dass das funktioniert, aber es will irgendwie nicht so wie ich will. Ich denke wir werden eine Lösung finden, aber die Frage ist wann das sein wird. So, ziehen wir hier noch ein paar Kabel ein. Mann, kollidiert doch nicht miteinander, das ist doch blöd. Warum kollidiert ihr denn? Kannst du nicht ein bisschen schneller fahren da drüben? Mann. Okay, das Ding will anscheinend nicht schneller fahren. Ähm, das ist ein Problem. Das ist ein Problem irgendwie. Die kollidieren immer miteinander. Boah, ich hasse diese Brücken, wo die springen müssen. Loop back heißt dieses schlimme Level. Aber das hat doch hier so eine kurze Strecke. Warum? Warum? Machen wir es mal runter ein bisschen. Bisschen runter hier, so. Dann machst du halt nur einen kleinen Anstieg. Warte mal, und dann muss dieses Auto schneller sein. Hä? Okay. Ich fände es nur jetzt schön, wenn wir zum einen hier ein bisschen mehr aus Stahl machen könnten. Und zum anderen fände ich es schön, wenn die Autos nicht gleichzeitig an dem selben Ort wären. Boah, wir schießen sowas Budget hinweg. Aber wir wollen ja auch eine gute Brücke haben. Okay, hätte schon fast gehalten. Aber die schlechten Autos, die wir hier haben, sind immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und ich frage mich, ob das eine Auto nicht vielleicht ein bisschen schneller fahren könnte. Oh shit, das eine ist noch in der Luft. Und, und. Oh. Alter. Wait a moment. War, war, eine Sekunde. Ich habe noch eine Idee. Das Level heißt ja, wie gesagt, Loot Back. Und. Vielleicht machen wir auch einfach ein Loop Back. Machen wir mal das ganze Ding nochmal hier neu. Und das hier. Oh ja, okay. So viel wollte ich nicht wegmachen. Ähm. Okay. Gehen wir nochmal sicher, dass das jetzt hier funktioniert. Ja, das funktioniert. Gut. Nochmal versuchen. Und jetzt. Jetzt kommt das. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Straße. Düm, 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 bäm, 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 bäm. Ein Loop Back. Sehr gut. Ja, so hält es natürlich noch nicht. Aber. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Den wir einschlagen wollen. Gehen wir nochmal sicher, dass das funktioniert da drüben. Er muss jetzt über den Loop springen. Ich glaube, der schafft das da drüber. Ja, okay. So, und jetzt müssen wir den Loop Back fixieren. Das heißt, ähm. Komm, du bist ein starkes Kabel. Du hältst das alles. Du musst das alles in Position halten. Nee, das wollte ich nicht. Du schaffst das, Kabel. Ich glaube an dich, dass du das gleich alles halten wirst. Oh Gott. Dass du das gleich alles halten wirst. Ich weiß, dass du das schaffen kannst. Aber ich glaube, das ist hier die Idee hinter dem Level. Ich habe das nur bis jetzt nicht gecheckt. Das brauche ich nicht. Okay. Ich war nur bislang zu dumm dafür, um das zu realisieren. Aber an sich sollte das so... Oh Gott, schon wieder über ein Budget. Ja, leck mich doch mit deinem Budget immer. Boah, jetzt fallen mir es wieder ein, was die Probleme hier in diesem Spiel waren. An Polybridge. Okay. Eigentlich gar nicht schlecht. Die geht ja eigentlich ziemlich schnell durch. Und das wollen wir ja auch. Ja, geht zusammen rüber. Geht zusammen rüber. Fahrt rüber. Nein, es geht in die andere Richtung wieder. Okay. Aber an sich nicht schlecht. An sich nicht schlecht. Huch. Das andere Level ist aus dem Level rausgefahren direkt. So. Wir werden es mal so probieren. Wir sind jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ach Gott. Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Ah, Polybridge Musik. Komm, gib mir, gib mir, ähm... Eingebungen. Oh nein, er haut wieder in diese Richtung ab. Das ist doch schlimm. Mach nur das weg hier, so. Ah, der, der... Okay, machen wir das nochmal. Aber im Prinzip funktioniert das ja. Das hier, ähm... Fliegt hoch genug, würde ich sagen. So, und jetzt müssen wir die Straße hier nur so machen, dass der hier langsam nach oben geht. Und dann hier so irgendwie fliegt. Wahrscheinlich ist das so das, was wir wollen. Ähm... Dann machen wir wieder das hier. Dann machen wir wieder... Das hier. Und... Stahl. Ähm... Das reicht nicht ganz, aber... Machen wir es lieber sicher. Und gehen ein bisschen über das Budget. Wir können es ja später noch reduzieren. Okay. Du springst drüber. Oh yes. Oh yes. Okay. Jetzt müssen wir wieder Budget reduzieren. Äh, ne, das nicht. So, das heißt, Stück für Stück jetzt was wegmachen und schauen, ob es immer noch funktioniert. Was es jetzt immer noch tut. Ich tue mal den Speed ein bisschen hochstellen, damit wir das dann besser testen können. Gut. Okay. Das funktioniert nicht mehr. Ähm... Wo können wir denn noch reduzieren? Vielleicht hier. Ja. Können wir. Äh... Vielleicht hier. Nee. Hier. So. Funktioniert. Okay. Ähm... Wo können wir denn noch reduzieren? Alter, warte. Wir müssen eigentlich so viel reduzieren. Wenn wir hier nicht reduzieren können... Oder? Ging das gerade? Ja, doch können wir. Können wir das wegmachen? Nee, können wir nicht. Gut, das geht nicht. Können wir das da runter setzen? Ja, können wir. Und dann können wir vielleicht hier raus... Ähm... Holz machen. Okay, sehr gut. Können wir das hier wegmachen? Nee, das hier wegmachen. Nee, okay. Das können wir definitiv nicht wegmachen. Ähm... Das hier... Okay, nee, auch nicht. Vielleicht können wir hier noch was reduzieren. Ähm... Alles günstig und gut. Ähm... Dann brauchen wir nur Stahl hier. So. Nein! Fahr dagegen! Fahr... Fahr... Nein! Nicht ganz. Okay. Ähm... Das funktioniert nicht ganz. Aber wir müssen uns noch wieder ein bisschen ändern. Okay, so funktioniert's. So viel Stütze... Komm, so viel Stütze brauchen wir doch gar nicht. Hopp! Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So viel Stütze brauchen wir da echt nämlich nicht. Vielleicht reicht's auch, wenn wir das hier wegmachen. Nein, das... Nicht ganz, nicht ganz. Das reicht, okay. Wir müssen das Stück für Stück reduzieren. Weil ich... Nein! Nicht ganz, nicht ganz. Dann machen wir es wieder ein Stück runter. So geht's, okay. Äh... Das wird es... Ha? Ja, bam! So, schauen wir uns nochmal 100% an. Und da haben wir das Level auch nochmal gelöst. Nochmal spielen. Tum, 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 tum. Und es fliegt hoch und darüber. Und vom anderen Auto wird's reingeschoben. Perfekt, perfekt. Besser kann man sich das nicht wünschen. Im Budget und alles super. Nächstes Level. Perfekt. So, jetzt haben wir hier, ähm... Triple Split. Ähm... Budget. 18.000. Woodsteel Cable. Ein Sportauto. Ein Police. Eine Police. Und ein Tuk-Tuk. Ah, da ist das Tuk-Tuk. Gut. Wir haben keine Hydraulik. Alles klar. Wart. Wie jetzt? Gut. Als erstes will das A1 hier oben hin. Das verstehe ich noch. Das verstehe ich noch sehr gut. Ähm... Ja, tue ich auch. Mal ein bisschen das hier anpassen. Ja, ungefähr so. Oh Gott, Pulley Bridge. Warum? Oh Gott, warum? Was ist jetzt da? Ach, nee. Mein Kopf rattert schon wieder, wie wir das machen sollen. Versuchen wir doch erst einmal... Ähm... Das gescheit zu stützen hier. Okay, jetzt ein bisschen Oberkonstruktion. Oh, man könnte hier Abschnitte auch inzwischen kopieren jetzt, aber... Ähm... Hier für so eine ungerade Konstruktion bringt das uns natürlich nicht viel. So... Schauen wir mal, was hier einfach mal passiert, ne? Also da würde ich mal sagen... Schauen wir mal, was Pulley Bridge von uns will. Oh, wir sind schon über dem Budget in der Prost-Mahlzeit. Ähm... Wow, es hält gar nicht. Das ist ja super. Also... Toll. Wow. Oh, man. That is awesome. Out of money. Wir sind ein bisschen out of money. Okay. Vielleicht ist die Oberkonstruktion doch keine so gute Idee irgendwie. Weshalb auch immer. Eigentlich sind Oberkonstruktionen immer gute Ideen. Aber anscheinend nicht heute. Vielleicht kann das Auto das erste da hoch springen. Das zweite ist zu schwer zum springen. Deswegen schafft es das nicht bis ganz da hoch. Und irgendwie sowas. Vielleicht klappt das ja. Wir können es ja mal probieren. Wir müssen das hier nur gescheit abstützen. Wir müssen das hier nur gescheit abstützen. Wir müssen das hier nur gescheit sein. Ach, ja. Ja, probieren wir es einfach mal. Nee, okay. Funktioniert nicht. Gut, probieren wir es hier mal wieder mit ein bisschen Holz. Ach komm, too far away. Ich gebe dir gleich too far away. Wieder diese typischen Polybridge-Fehlermeldungen. Na gut. Aber ich würde sagen, ob wir diese Brücke auch lösen werden, wie alle anderen zuvor. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Und tschüss.